Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Talia. Heute mit einem weiteren Paintjob Video für euch am Start und im Hintergrund seht ihr schon den ersten Paintjob, den ich euch vorstellen möchte. Das ist der Sweet Lila Paintjob und rechts oben seht ihr wie immer, was ich alles verwendet habe. Und falls euch wundert, was PR und SK bedeutet, PR bedeutet für Primär und SK steht für Sekundär. Jetzt seht ihr schon den zweiten Paintjob, den ich richtig geil finde, der Bronze Lila Paintjob. Und was ich alles verwendet habe, seht ihr immer rechts oben. Nicht vergessen, auf jeden Fall kostet dieser Paintjob auch nicht so viel. Zwischen 30.000 und 50.000 ist er ziemlich gut dabei. Ich hatte ja schon Paintjobs, die waren recht teurer. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, fangen wir jetzt mal an mit dem dritten Paintjob. Und der ist ziemlich geil, der Frühlings Pink Paintjob. Ich finde den so geil, weil die Farbe von diesem Paintjob, die ist einfach so erfrischend und die passt richtig zum Frühling. Deswegen habe ich den Paintjob so genannt und ist auch in dieser Serie bzw. in der Folge jetzt gerade mein Lieblings Paintjob. So, dann gehen wir weiter zum vierten Paintjob, Froschgrün Paintjob. Den finde ich auch richtig nice. Und lasst doch mal ein Feedback da, einen Kommentar da, wie ihr diese ganze Serie findet. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zum fünften Paintjob, zum letzten Paintjob. Das wird dann nämlich der Lava-Roter Paintjob sein. Den finde ich ja auch ziemlich geil, vor allem auch mit diesem rot-gelben Schilmer. Richtig geil. Und ich würde sagen, ich bin raus. Haut rein, euer Enrico Italia. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video. Und lasst auf jeden Fall Feedback da. Ciao.